Oh, abgerutscht! Ja, ist klar! Abgerutscht! In Schatten hast du, dass du abgerutscht bist. Du auch, ne? Gleich ist meine Forst in deinem Gesicht abgerutscht. Ah, ah, ah. Oh, abgerutscht gerufen, Mann. La, 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 la. Ja, und? Nervlich. Ja, und? So. Dummer Hund. Nervige Schrott immer da. Ja, ne? Finde ich ja auch. Jetzt kommt nix Gutes, ey, jetzt kommt nix Gutes. Das sag ich doch. Das soll da doch nicht gut sein. Darum. Ich klicke immer so auf dem Feld rum. Oh, ja. Voll aus Langerweile. Reicht aus. So. Ja. Oh, 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 oh. Mit deinem hessigen Mageldeck, echt. Ja, und? Nicht schuld. Das Cape vom Adler Fludhard. Hm, ich weiß. Kann man so abreißen? Nö. Kann man den Vogel nicht entfiedern hier? Nee, kann man nicht. Du nervst. Ja, du nervst. Brauch ich nicht. Oh, doch. Nein, brauche ich nicht. Du nervst. Oh. Du immer mit deiner Affenkarte. Soll ich mal mit dem anderen Pack wieder rausrücken? Du wirst, das sind keine Affenkarten mehr. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Allt, zieh, Pech gehabt. Hab ich jetzt gerade auch. Ich sitze hier auf Karten. Doch in zwei Runden kann ich die super gut gebrauchen. Ja. Aber jetzt gerade könnte sie mich richtig auslöschen. Aber irgendwie. Nothing, nothing, nothing. ach ja manchmal kriegt man so ne scheiß karten manchmal kriegt man super karten und manchmal denkt man sich was ist das für ne scheiße schlösch mal euer schlech mal es ist geil ja lass mich doch erstmal überlegen ein sturm auch kommen er ist doch nicht dein ernst doch das gottes schilder 17 17 ich will mir die augen offen machen und du mich auch kannst mich echt mal warte mal war das nicht 4 17 oder so das irgendwie verguckt oder so irgendwie war doch das was falsch oder irgendwas ist da falsch gelaufen und besonders in deinem kopf nö 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 doch doch Ah ne, kann nicht. Hab nicht genug Mana. Mach das einfach so. Na 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 na. Ich will auf Level 15 machen. Kannst du mir nicht übel nehmen. Ne, dauert noch ne Runde. Eine Runde muss ich die noch besiegen. Ne. Weißt du, jetzt ist deine Glückssträhne da wieder? Zünde. Ne, glaub ich nicht. Nicht wirklich. Rasiere Bart ab. Oh, was Neues. Hatte ich noch nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, doch nicht der. Komm schon. Doch. Das ist doch nicht dein Ernst. Jawohl, ich darf anfangen. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich darf anfangen. Ja, aber ich darf damit anfangen. Unsinn zu treiben. Uhu. Aha. Geil. Jetzt gibt es ja noch die Extramanermünze. Ja. Ja, 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 ja. Ein Angriff in diesem Zug plus eine Rüstung, ey. Hacks bei dir? Nö, war auch bei dir, ne? Nö. Achst ein Stockkopf, ne? Oh, yes. Bitteschön. Komm schon, komm schon. Ja, danke. Jawohl. Danke. Ah. Ah. Ich warte nur wieder auf Karten. Ah. 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 Boah, nee, ey. Das ist aber eine geile Karte eigentlich. Ja. Ja, genau. Ist klar. Welche meinst du jetzt? Die dem Mana-Kristall gibt? Ja. Ist ganz geil. Du hast jetzt nämlich schon drei und ich habe nur S1, beziehungsweise Z1. Aber ich weiß gar nicht, was das für ein Typ ist. Ich glaube, nur für Druide. Ach, das ist schade. Hm, hm. So. Joi. Joi. Ja, ich glaube, das ist echt nur Druide. Weiß ich gar nicht. Hm, hm. Kannst du gar nicht so gucken? Nö. Chili. Für die Weltnis. Hast du nichts anderes? Nö. Ist ja nie ein bisschen nervig. Ich habe schon was anderes, aber dafür habe ich zu wenig Mana. Lalalalalalalalalalala. Findest du? Oh, yes. Ich glaube, meine Chancen stehen sehr niedrig bei dem Ruiden. Hm, kann sein, ne? Ah, diese Fähigkeit, ne? Ja, ne? Ist doch voll super. Auf jeden Fall ist die super. Du kriegst ja richtig das Kotzen hier. Du kriegst richtig einen Amarapelle, ne? Das große Kotzen kriege ich hier. Das Dingo. Der Mongo. So. Du bist drin. Du bist drinnen, du bist drinnen. Ja, bin ich das? Cool. Äh, lalalalalalalala. Ähm. Bei mir wachsen jetzt keine Kübissen, obwohl ich den Wasseramt betätigt habe. Ja, mal geht das, mal geht das nicht. Nee, der läuft jetzt unendlich. Du musst erst anklicken und dann muss die Kübisse fällen. Hallo? Muss ich? Spinnst du? Ja, cheat. Ja, ich weiß. Cheat, ne? So ein cheat. Ich hasse diese Karte. So ein cheat, ne? Ach je, weißt du was? Oh, so ein cheat, ne? Oh, Gemi und Zwechfell. Du hast gelitten, gelitten, gelitten. Hallo, kann ich, kann ich anliegen, dass du wieder 8 Punkte dazubekommst? Du musst erst mal gleich wieder... Nein, eigentlich nicht. Du musst wieder gleich wieder 13 verlieren, das ist doch nicht wahr. Hm. Hm. Oh, er hat Monster. Hey, die hat zuvor ja schon spawned können. Kann rein, ja. Oh, Slagma. Ne? Ach so, nächste Runde? Hm, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist Zeit für ein Duell. Zeit für ein Duell? Wo glotzt denn du denn so? Naja. Nein. Oh, du bist so ein Arsch. Bin ich das? Ja. Wieso? Oh, ist das widerlich, ey. Ich hasse die Karte. Die ist doch schön, die Karte. Was hast du denn? Soll ich mal sagen, dass du verloren hast? Ich hab trotzdem verloren. Das reicht. Peller. Aber hier ist nämlich Nachtklinge drin. Level 15! Yay! Sternfeier, versuchst fünf Schaden, ziehe eine Karte. Akane Intelligenz, Belohnung. Ziehe zwei Karten. Wow. Was gibt's jetzt beim nächsten Mal? Akane Intelligenz, Golden. Wow. Ja, komm, eine Runde noch. Mentale Vorbereitung, ja, eine Runde noch. Eine noch. Ich glaube, irgendwie ist meine Festplatte gleich auch voll. Und ich glaube, da muss ich anfangen, das zu arbeiten und dann noch hängen gehen. Ja. Bin schon so ein bisschen müde gerade. Auch nur ein bisschen sind wir müde. Hm. Oh, ich glaube, ich behalte die beiden Karten. Oh, kann ich mich mit anderen Freunden. Das ist okay, ich hab mal so. Weil ich Bock zu hatte. Weil ihr am Stinken seid. In 20 Minuten ist sowieso mein, 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 mein Routen-Neustart. So, bald. Welcher Routen-Neustart? Mein Router startet sich immer dann neu. Update. Okay. So, schade. Nö, macht er immer. Weil er ein netter Junge ist.